Und auf Mathe 2 kommt es zu einem Finalkampf, um Platz 5 und 6, gewinnt das 34 Kilogramm, Kampenummern 360, Sam Hillfreud, Concordia Zeller-Lebis gegen Julian Ross, V-Welt-Neustadt, Kampenummern 300, ich sehe in Afghanistan. Hoch, dritter da hinterher. Steh, rausnehmen! Papier, ausnehmen, hoch, hoch, hoch! Nein! Hinten dran sind. Nein! Nein! Papier, keine. Mathe 5. Che! Che! Mathe 5, kommen wir zum Finale, Platz 3, Kampfnummern 360, Emil Au, Erzgevölkerauern, gegen Rob, Vier, Erzgevölkerauern, gegen Rob, Vier, Erzgevölkerauern, der Mond gefangt von Polen, Vier, Erzgevölkerauern, gegen Rob, Vier, Erzgevölkerauern, gegen Rob. Durch! 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2